Okay Freunde, heute gibt es einen Real-Life-Krimi mit Mid-Journey und zwar mit KI-generierten Bildern. Ihr wisst, diese Dinger haben ein Problem, was Urheberrecht angeht und manche Bilder sind tatsächlich beim Mid-Journey verboten. So auch das linke Bild hier. Dieses Bild ist urheberrechtlich geschützt und naja, es ist schwer, ein Bild aus einem Modell heraus direkt zu schützen. Die beiden Bilder, die ihr hier sehen könnt, sind zwar ähnlich, aber nicht gleich. Wie soll also Mid-Journey dieses Bild identifizieren und sperren? Naja, gar nicht ist die Antwort. Sie haben tatsächlich einfach das Wort Afghan gebannt. Ihr könnt das bei Mid-Journey laut dem Autor hier nicht benutzen. Was ihr aber stattdessen tun könnt, ist dieses furchtbar komische Brom, das ich nicht mehr aussprechen kann, in Mid-Journey reinzugeben und dieses sehr, sehr ähnliche Bild zu bekommen. Und das hat mich neugierig gemacht. Sagen wir es mal so. Wie kommt man von diesem Bild hier, das übrigens ein offizielles Gemälde ist, weswegen es auch verbannt wurde oder eben Copyright geschützt ist von Steve McCurry. Wie kommt man von diesem Bild auf dieses Prompt? Und das Coole ist, der Autor hier, ich habe ein bisschen nachrecherchiert, hat sein eigenes Tool dafür gebaut. Und das Ding ist, es ist im Endeffekt genau das Gegenstück zu Mid-Journey oder zu Stable Diffusion. Man nimmt ein Bild und bekommt das Prompt daraus. Nicht das Prompt, das euch Mid-Journey gibt, wenn ihr Describe benutzt, sondern ein ganz eigenes, erlerntes Prompt. Das heißt, diese KI hier wurde im Endeffekt trainiert darauf, welche Bilder sind möglichst ähnlich zu dem, was wir raushaben wollen, bei welchem Text. Und da kommt sehr, sehr seltsamer Text raus. Und ich habe das mal bei mir laufen lassen. Und wir schauen uns heute auch den Unterschied zu Describe an. Denn, ja, das ist auch sehr, sehr faszinierend. Ich habe also in Mid-Journey dieses Bild hier gebaut. Meine Eingabe war Magenta, Cyan, Cyberpunk, Neonoir, Artwork, Audio, Music, Microphone und Version 5.2 und das Spectratio 16 zu 9. Ihr erinnert euch vielleicht noch, das Bild habe ich gestern im Video benutzt, wo wir uns um Audio-LDM gekümmert haben. Und ihr solltet das Video dringend sehen, denn es ist wahnsinnig spannend. Hat aber mit dem hier an sich erstmal nichts zu tun. Ihr solltet es trotzdem gucken. So, das Bild hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und ist eben dann auch auf Thumbnail gekommen. Und ich dachte mir, Mensch, probiere ich mal aus. Was kommt denn dabei raus? Und wir sehen hier Mid-Journey selbst, sagt mir, A Digital Portrait of a Woman in Headphones. In the Style of Cyberpunk, Neon Color Palette und dann noch einige Google Artists. Vibrant Comics, 32K, UHD, City Portraits, Nightcore und eine sehr seltsame Aspect Ratio, die man wahrscheinlich kürzen könnte. Dann sehr, sehr ähnliche. Ihr könnt selber durchlesen. Das sind alles normale Wörter. Aber auch hier sehen wir schon einzelne Artists, die verlinkt werden. Und zwar Magali Villeneuve und Tatjana Suarez. Und das muss man schon sagen, ist ein bisschen komisch, dass da immer Artists bei rauskommen. Denn Artists dürfte ich da eigentlich gar nicht verwenden, denn deren Gemälde sind ja urheberrechtlich geschützt. Hm, wie kann das also sein? Nun, wenn ich die sich hier alle imagine, ich nehme jetzt einfach mal nur das erste, dann sehen wir relativ ähnlich generierte Bilder, die eigentlich auch einen sehr ähnlichen Stil haben und eigentlich ziemlich cool aussieht. Also ich mag den Stil einfach. Aber wir sehen natürlich nicht exakt das Bild hier. Was wir aber schon mal deduzieren können, ist hier einige stilistische Feinheiten. Und zwar, es ist ein bisschen Cyberpunk dabei. Es ist Manga dabei. Es ist Stil von zwei Artists dabei. Urban Pop, Nightcore, Portraiture und so weiter und so fort. Das sind alles Informationen über dieses Bild und die können wir alle kombinieren. Natürlich kann ich hier aber keine urheberrechtlich geschützten Bilder reinmachen, zumindest nicht alle, weil manche davon natürlich blockiert sind. Und hier kommt PEZ Dispenser zum Vorschein. Also Hard Prompts Made Easy. Prompts Easy. Ihr könnt das für Stable Diffusion und für Mid Journey benutzen. Und das ist die Magie dabei. Ihr könnt das einfach hier über Hugging Face, über diesen Space hier benutzen, hier quasi einfach ein Bild hochladen und dann das erlernte Prompt euch angucken. Oder ihr ladet das einfach für euch runter und macht das einfach selber. Und es gibt das Ganze komplett auf Github. Ihr könnt das auch selber komplett angucken. Allerdings kleine Anmerkung hierbei. Ich habe es bei mir zum Laufen gekriegt. Allerdings PyTorch 1.13. Normalerweise arbeite ich mit PyTorch 2. Deswegen bitte benutzt eine virtuelle Environment, Umgebung. Und ja, dann könnt ihr das Ganze einfach laufen lassen. Auch mit der Anzahl an Schritten. Und ich zeige euch tatsächlich, warum ich das explizit mit der Anzahl an Schritten machen wollte. Und ich einfach nur online diese Variante hier nehmen wollte. So, wie immer laden wir hier das Ganze als Zip runter. Bekommen dann diese Zip. Entpacken sie. Entpacken sie. Machen hier das Ganze in PyCharm auf. Und haben am Ende dann das Ding hier. Und hier drin kann ich jetzt im Endeffekt alles anpassen, was ich möchte. Zum Beispiel kann ich hier sagen, ich möchte eine virtuelle Umgebung erstellen. Und möchte da drin alles installieren. Das kennt ihr mittlerweile. Ihr seid wahrscheinlich schon ein bisschen Python vertraut. So, am Ende, wenn ihr fertig seid, könnte ich hier einfach sagen, Python run. Und dann habe ich hier mein Example-Bild. The Morphous Creates Art. Das ist der Discord-Account. Magenta, Cyan, Cyberpunk und so weiter und so fort. Das ist halt einfach die PNG, die ich runtergeladen habe. Und die kann ich jetzt analysieren lassen. Und ich sehe, was es zuerst denkt und wie sich dieses Netz dann weiter das Prompt herleitet. Und das ist sehr, sehr spannend. Wir gucken uns das mal an. Ja, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Ganzen zum Laufen kriegen und so. Wir machen normalerweise 3000 Steps am Anfang mit einer Lernrate von 0,1. Am Anfang sehen wir, dass wir relativ schnell was Neues lernen. Also ich glaube, sowas wie Stonehenge und Tourists wird wahrscheinlich nicht sonderlich erfolgreich sein. Aber das ist halt das erste Prompt, was wir uns da herleiten können. Wir sehen auch hier, das passt nur so schlecht. Mehr schlecht als recht. Dann sehen wir, wir passen uns ein bisschen an. Hier sehen wir schon Pose, Sales, Investment, Undertale, Tanger, Colorful, Yachts, Stonehenge ist geblieben, Tourists und France. Und wir passen uns weiter an. Hier sehen wir schon, sind wir bei 21%, dann sind wir bei 21,9%, 30%. Und wenn sich dann mal ein paar Steps lang nichts ändert, dann wird es interessant. Ab hier wird es für mich ein bisschen interessanter. So ab, ja, so ab 600 könnte man sagen. Und zwar, ähm, Bützpaintings, mmm, Girl, Cursy Official, Pelosi, Madditzagreb, Cyberpunk, nochmal Cyberpunk, Asin Studios, Asoba Headphones, Torrent und WY. Hm. Ich habe also mal nachgeguckt, wer denn Cursy Official ist. Weil mit Official hinten dran hört sich immer nach einem Social Media Profil an und ich wurde nicht enttäuscht. Cursy Official ist dieser Account hier, der relativ regelmäßig einfach was auf Social Media postet und 5,6 Millionen Follower. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber wahrscheinlich, also so wie es für mich aussieht, hat es irgendwas mit Bollywood zu tun. Und scheinbar wurden einige ihrer Bilder für das Training benutzt und sind hier scheinbar mit reingeflossen. Zumindest sagt das die KI, auch wenn ich jetzt die Ähnlichkeit nicht sonderlich direkt erkannt habe. Hier geht es dann noch ein bisschen weiter und hier sehen wir einige andere, also sowas wie Thumbnail Gaming ist reingekommen, Modernization, Illustrations Follow Art. Ich weiß nicht, was das ist. Und hier noch ein paar andere Sachen. Und man muss sagen, das ist dann auch tatsächlich geblieben bis zur allerletzten Episode. Das ist das Prompt, das hier erlernt wurde, was möglichst nah rankommt. Und ich habe das ein paar Mal laufen lassen, ich habe leider die anderen davor nicht mehr. Aber es wird jedes Mal sozusagen immer etwas Neues erlernt. Wenn ihr das mehrfach laufen lasst, dann wird hier selten das wirklich gleiche Prompt rauskommen. Dieses Cursy Official ist beim letzten Mal tatsächlich am Ende noch übrig geblieben. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt also auch mal nach LackHateParth geguckt. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so ausspricht. Und der Gute ist scheinbar auch ein Twitter-Account, der hier tatsächlich unter diesem Namen hier durchgeht. Also die Namen sind wie gesagt gleich geblieben. Sie heißt auch Cursy Official. Die Twitter-Handles sind also wohl in die Trainingsdaten mit reingeflossen. Oder zumindest bei dieser KI, die hier sich versucht rauszuziehen, was das alles ist. Also das ist das Prompt, was wir jetzt hier scheinbar übergeben sollen, um hier was möglichst ähnliches zu bekommen. Und naja, man muss sagen, es war nicht sonderlich erfolgreich. Aber lustigerweise habe ich sehr, sehr ähnliche Gesichtszüge bekommen. Ich zeige euch das mal hier. Und zwar, wenn ich dieses Bild hier rekonstruieren möchte mit den erlernten Dingen. Und wie gesagt, das ist nicht die KI von Discord oder von Midjourney. Und auch nicht von Stable Diffusion. Sondern komplett unabhängig die versucht, einfach möglichst ähnliche Bilder zu bauen. Dann bekommen wir diese hier. Also das ist einmal das Bild, was wir hier bekommen. Und ich muss sagen, das ist verdammt nah dran. Also klar, die Farben stimmen so nicht. Aber abgesehen von den Farben ist das sehr, sehr nah. Und ich kann mir vorstellen, dass die Farben relativ stark am Seed liegen. Beziehungsweise, dass wenn wir hier noch Cyberpunk irgendwie separat reinpacken. Oder Magenta, Cyan oder sowas, dass das dann bei rauskommt. Und hier sehen wir, das hier unten ist ziemlich nah dran. Das ist halt einfach ein anderer Blickwinkel gefühlt schon zum Originalbild. Ich zeige euch nochmal kurz das Originalbild. Also Original, das ist trotzdem hier von gemacht worden. Hier ein paar andere Farbtöne drauf. Und schon haben wir ein echt ähnliches Ding. Also der Stil passt irgendwie. Gleichzeitig passt auch die Person oder die Gesichtszüge. Und das ist natürlich was, was wir sehr, sehr gut nutzen können. Sowohl dieses Beschreiben hier, als auch dieses Tool, was wir hier benutzt haben, um möglichst ähnliche Personen zu bekommen. Was ich aber in diesem ganzen Szenario viel interessanter fand, ist, woher sich eigentlich mit Journey seine Inspiration bezieht. Und deswegen fand ich auch ziemlich spannend, was passiert eigentlich, wenn ich diese Prompts miteinander kombiniere. Das heißt, ich habe hier tatsächlich mal aus diesen hier mir einige Bestandteile rausgenommen. Vor allem die Artists natürlich, aber auch die Stile jeweils. Und habe dann mit diesen anderen Dingern um mich geschmissen, zu denen ich nicht genau sagen kann, was diese Wörter überhaupt sind. Und herausgekommen ist das hier dabei, was relativ neonfarbig ist. Was eigentlich auch für so ein Thumbnail relativ gut wahrscheinlich aussehen würde. Und was auch nicht so allzu hässlich ist, muss man sagen. Genau. Also ja, das fand ich sehr, sehr interessant. Vielleicht könnt ihr daraus Rückschlüsse ziehen auf Prompts, die vielleicht gar nicht wirklich eindeutig sind. Vor allem auf Personen, die in dieses Bild eingeflossen sind. Und ja, das war einfach nur mein Take dazu. Und um das nochmal kurz hierauf zurückzuführen. Auch wenn dieses Bild hier und wahrscheinlich alle ueberrechtlichen Bilder, wichtigen Bilder gesperrt werden in naher Zukunft oder sogar schon gesperrt wurden, man merkt eben doch, dass in den Trainingsdaten sehr viele urheberrechtlich geschützte Bilder drinnen waren. Und man merkt auch, dass Personen in den Trainingsdaten enthalten waren. Denn ansonsten würden die hier als Prompt nicht so gut funktionieren, wie sie es tun. Und das sollte uns vielleicht ein bisschen über Urheberrecht nachdenken lassen. Aber was weiß ich schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.